Wir haben in der Vergangenheit schon über so viel technischen Firlefants gesprochen. Winzige Computer, Smartphones, Kameras, kabellose Massagegeräte. Aber über die wirklich wichtigen Dinge haben wir uns bisher noch nicht unterhalten. Das ist eine dramatische Pause. Na, leg's dir, leg's dir. Hey, ihr nur vegane, Popel-essenden, Bibi-Schwangerschaft-schippenden Schleckermäulchen und willkommen zu einer neuen Gedankeninfusion meinerseits. Oh, und dieses Video wurde aus gutem Grund von Nvidia und Notebooks billiger unterstützt. Den Grund erfahrt ihr am Ende. Ist was für euch. Heute dreht sich alles um einen Stöpsel, der vielseitiger ist, als jedes OB-Werbeversprechen jemals einhalten könnte. Heute geht es um... Schwitz. Heute geht es um... Thunderbolt 3. Aber warum? Das ist doch alte Scheiße! Nein, 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 nein. Mittlerweile ist das, was man in diesen Anschluss ranstecken kann, so gut entwickelt, dass einige von euch nach diesem Video wahrscheinlich die Hosen wechseln müssen. Im Beispiel meines aktuellen Setups, bestehend aus LG Thunderbolt Display und HP Omen 17 AN42 NG 17,3 Zoll Gaming Notebook, möchte ich euch zeigen, was mit diesem Anschluss alles möglich ist. Und Gott, wer denkt sich solche Namen aus? Aber... Was ist Thunderbolt 3 eigentlich? Nun, ihr kennt doch das Ding hier, beziehungsweise das Loch hier. Genau, das Loch hier. Wohl Apple sei dank ursprünglich etwas, worüber sich alle am Anfang lustig gemacht haben. Zu Unrecht. Denn zusammengefasst ist das eine idiotensichere USB-C-Schnittstelle, die all die wichtigen Dinge, also Bild, Ton, Strom und Daten, bündelt und gleichzeitig hin und her schicken kann. Heißt also zum Beispiel das hier, das hier, das hier und das hier. Ist alles in diesem einen Kabel vereint. Heißt also weniger Kabelmüll, mehr aufgeräumt. Und das mit bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. Und das sind 5 Gigabyte pro Sekunde. Das sind in der Theorie alle Filme und Serien auf Netflix in Full HD in nur 3 Stunden und 16 Minuten auf eure scheiß Festplatte geladen. Heißt auch mehr Platz und mehr Flexibilität. Aber ja, dieses Privileg der Geilheit haben nicht alle Geräte. Denn Thunderbolt 3 ist nicht zu verwechseln mit... ...dem Rest. Ähm, USB-C beschreibt nämlich nur das Aussehen. Entscheidend ist wie immer, was hinter der Fassade steckt. Also Thunderbolt 3, USB 3.1, USB 3.0, lahmes USB 2. Ja, auch das geht. Findet man häufiger bei Smartphones. Achtet also immer auf den kleinen Blitz, beziehungsweise die kleine 3 auf dem Kabel. Oder auch auf den Anschlüssen. Habt ihr eine ältere, aber trotzdem kompatible Kiste, könnt ihr die auch mit Thunderbolt-Karten nachrüsten. Aber das wäre wieder ein Thema für ein anderes Video. Habt ihr aber bereits den Luxus in euer Computer oder Notebook, gönnt sich bereits diesen ominösen Stöpsel der Geilheit. Braucht ihr nur noch ein Kabel und... Das war's. Okay, ehrlich gesagt, je nachdem, was ihr vorhabt, braucht ihr vielleicht noch eine oder zwei Sachen mehr. Hier mal ein paar Beispiele für euch. Wenn ihr einfach nur ordentlich arbeiten wollt, dann würde euch in Zukunft im Grunde das kleinste Besteck reichen, was ihr euch vorstellen könnt. Das heißt, ein Bildschirm, ein Notebook, ein Kabel, fertig. Das Geheimnis ist hier nämlich ein Thunderbolt 3 Monitor. Oh. Ja, mit dem einen Kabel geht's ran und fertig. Und da, wenn ihr die richtige Kombination an Geräten habt, bis zu 100 Watt an dem Anschluss summen, wird das Notebook parallel geladen. Und ich kann da rumklicken, bis ich schwarz werde. Oh, und je nach Monitor könnt ihr dann noch weitere Geräte wie SSDs anstecken. Habt ihr aber keinen fancy Thunderbolt 3 Monitor bzw. Monitor mit Thunderbolt 3 Hub, dann könnt ihr auch Thunderbolt 3 Docking Stations bzw. externe Thunderbolt 3 Hubs zwischenschalten. Und bedeutet auch, dass ihr noch vielseitiger seid in der Wahl der Anschlüsse. Die könnt ihr dann auch mit Festplatten oder anderem Zeug vollballern. Und es funktioniert hier genauso. Ihr geht mit einem Kabel rein und alles andere klemmt an dem Ding und kümmert sich darum, dass es dann auf eurem Computer oder Notebook landet. Oder der Easy Chained damit bis zu sechs Geräte an einen Anschluss hintereinander. Ihr dürft nur vor dem Abziehen nicht vergessen, das Ganze zu trennen, sonst ist Arschkarte. Falls euch Arbeiten aber zu langweilig ist, dann könnt ihr mit dem einen Kabel auch ganz easy zocken. Habt ihr in eurer Kiste also eine ordentliche Grafikkarte, dann geht's auch sofort los. In diesem Omen hier beispielsweise steckt eine vollwertige GeForce GTX 1070 mit allen Features, die dazugehören. Habt ihr zu wenig Dampf in eurem Ding, dann gibt es auch sogenannte externe Grafikkarten, die genauso einfach auch nur mit diesem einen Scheißkabel angeschlossen werden und sofort volle Leistung bringen. Da fragt man sich dann auch, wozu braucht man noch Desktop-Rechner? Sowas ist doch Desktop-Replacement. Je nachdem, was ihr für ein eGPU-Gehäuse habt, ist in manchen noch ein Hub integriert, in das ihr auch haufenweise Zeug anstöpseln könnt. Ein komplettes Gaming- oder Streaming-Setup zum Beispiel, das euch sofort bereitsteht, sobald ihr das eine Kabel angeschlossen habt. Und ja, auch bekannte Dinge wie GeForce Experience mit Features wie Whisper-Mode oder Battery-Boost funktionieren. Witzigerweise bräuchte ihr eben nicht mal einen Monitor. So eine externe Grafikkarte kann auch euer Notebook selbst powern. Aber so geil wir bzw. ich das auch finde, es gibt auch berechtigte Kritikpunkte. Nummer 1 ist definitiv der Preis. Egal ob es die Computer selbst oder das Zubehör ist, alles kostet zu Beginn erstmal schon eine gute Stange Geld. Die erste Investition ist also hoch. Und Nummer 2 ist, ähm, Thunderbolt 3 ist in Sachen Kompatibilität eine Diva. Gerade bei Windows muss man doch immer mal wieder nachhelfen. Das heißt doch nochmal den Stecker reinstecken oder vielleicht doch lieber nochmal neu starten. Aber das ist ja auch Windows-Herausforderung. Es gibt so viele unterschiedliche Geräte, so viele unterschiedliche Zubehöre, da macht es seinen Job schon echt gut. Ich meine, stellt euch doch mal die Einfachheit vor, die euch so eine Technologie bietet. Das heißt, ihr hättet eure Basis immer parat, wärt aber komplett unabhängig vom Antrieb. Also ob ihr euch jetzt für das Omen entscheidet oder irgendein anderes Notebook oder irgendeinen anderen Computer. Für Business-Notebooks, Gaming-Notebooks oder ob ihr vielleicht auch ein Computer für alles haben wollt. Auf der Couch Pornos gucken und dann hier kompetitiv zocken. Und das dann im Grunde auch von einer Sekunde auf die andere. Ihr seid also eigentlich nicht mehr wirklich an etwas gebunden. Habt also somit maximale Individualität, aber auch maximale Flexibilität. Und weil man dadurch gewisse Dinge auch nicht mehr hinzukaufen muss, fährt man auf Dauer vielleicht sogar auch günstiger. Zusammenfassend kann man also sagen, Thunderbolt 3 ist erwachsen geworden. Und wer Bock hat, aus den Gewohnheiten auszubrechen, der ist damit mindestens auf der nächsten LAN-Party dann King of Kotlet. So, und damit ihr jetzt auch ohne Kohle auszugeben auch an diesen Thunderbolt 3 Luxus kommt, verschenke ich genau dieses Notebook an euch. Aber dankt an dieser Stelle lieber Nvidia und Notebooks Billiger für die Bereitstellung dieses schweineteuren, schweinegeilen Verlosungsexemplats für euch. Wie ihr drankommt, es wird immer ganz einfach. Postet einen Kommentar hier unter dem YouTube-Video oder auf Facebook, Twitter oder Instagram. Hauptsache der Hashtag Zicke-Zacke-Zocken ist mit dabei. Aber nur diejenigen, die einen grammatikalisch bzw. rechtschreibtechnisch korrekten Satz formulieren können, kommen mit in den Lostopf. So, und ich, ähm, geht's grillen. Ein Hörner.